Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir haben endlich neue Informationen zu Season 2, beziehungsweise wir werden noch mehr neue Informationen bekommen. Aber wir haben schon mal einen ganz kleinen Happen, was uns erwartet. Denn am 4. Oktober, da werde ich mal hier rüber gehen, das ist nächste Woche Mittwoch, wird es den ersten Entwickler-Livestream geben. Das Ganze in einem Livestream-Developer-Update am 4. Oktober, das nächste Woche Mittwoch. Wieso ist das wichtig, dass ich das so erwähne? Weil es wird kein Campfire sein, es wird ein Entwickler-Livestream sein. Das ist ein großer Unterschied zum Campfire. Beim Campfire wurden ja in der Vergangenheit Balance Changes, Patches, Hotfixes und so erklärt und ein wenig erklärt, was die Gründe dafür sind, wieso die das gemacht haben. Beim Developer-Update, beziehungsweise beim Entwickler-Livestream, wird es eher ein bisschen mehr in die Materie reingehen und man wird wirklich sehen, was genau reinkommt und nicht wieso. Also wirklich, es wird Content gezeigt, der reinkommt und nicht erklärt, wieso er reinkommt. Und wenn wir uns hier die Meldung mal angucken, der Livestream wird stattfinden am 4. Oktober, wie gesagt, um 20 Uhr. Ich werde den auch Livestream auf Twitch, deswegen schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Ansonsten einen Tag später gibt es von mir den Recap hier auf YouTube. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Das Ganze dreht sich natürlich nur um Season des Blutes. Die wurde ja am Eröffnungsabend der Gamescom angekündigt, und am 4. werden wir dann neue Informationen dazu bekommen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier die Meldung einmal komplett mit zusammen durch. Schließt euch Mitgliedern des Entwicklerteams sowie Associate Director of Community Adam Fletcher an, die die vampirische Geisel enthüllen, die sich auf Sanktuario niedergelassen hat und auf ihre düstere Macht eingehen. Findet heraus, wie ihr diese Flut des Bösen bekämpfen und die Kraft ihres mächtigen Blutes für eure eigenen Zwecke nutzen könnt. Ist relativ viel Blabla, wird nicht wirklich was gesagt, aber wir wissen ja, es gibt 5 neue Bosse, ich hoffe, dass die gezeigt werden. Es wird gezeigt, wie wir die bekämpfen können und anscheinend gibt es irgendwelche vampirischen Kräfte, die wir eventuell auch selber nutzen können. Vielleicht gibt es da irgendein neues Paragon Board, was wir da nutzen können, wird auf jeden Fall spannend, was das genau zu bedeuten hat, diese vampirischen Kräfte. Der Livestream zum Entwicklerupdate geht zudem auf einige Verbesserungsupdates ein, die im Laufe von Season 2 erscheinen werden. Ganz wichtig, im Laufe der Season 2, das macht mich sofort wieder stutzig, heißt also nichts zu Beginn von Season 2, das Team spricht über Funktionen, die sich die Community gewünscht hat. Wie mehr Platz und Funktionalität für die Beutetruhe, das bedeutet ein, ich weiß gar nicht, ob nochmal ein Platz für die Beutetruhe kommt, auf jeden Fall fallen die Juwelen raus aus der Beutetruhe. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Funktionalität für die Beutetruhe wird sehr wahrscheinlich eine Suchenfunktion sein. Davon kann man ausgehen. Verbesserung an Dungeons und vieles mehr. Vieles mehr weiß ich jetzt nicht, was Sie damit meinen, aber Verbesserung an Dungeons, was könnte das sein? Mir fällt auf Anhieb tatsächlich nichts ein, außer meine Idee, die ich schon seit Wochen und Monaten habe, dass man das ganze System mit den Nightmare Dungeons überarbeitet und man hier keine Siegel mehr kauft, die ein Random Dungeon beinhaltet, sondern dass man beim Okkultisten ein Siegel herstellen kann, ein 31er bis 35er. Damit laufe ich dann zu den Blindhöhlen und kann daraus dann aus den Blindhöhlen ein Random Dungeon machen. Wenn die das reinbringen, Leute, dann bin ich aber richtig hooked, weil auf Blindhöhlen habe ich richtig Bock. Weiter im Text. Am Ende des Streams gibt es auch eine Fragegrunde, in der unser TeamspielerInnen direkte Rede und Antwort steht. Bin ich gespannt, ob das wirklich Live-Talk mit irgendwelchen Leuten sein wird. Ich denke mal, dass die Fragen vorher sich angeguckt wurden, dass da nicht irgendwelche komische Fragen kommen. Außerdem, jetzt wird es nochmal wichtig, halten wir am 10. Oktober eine Lagerfeuer-Chat ab, in dem wir gründlich über die kommenden Balance-Änderungen an Klassen und die Überarbeitung verschiedener Systeme eingehen. Das heißt, da haben wir dann ein Campfire-Chat und es wird wieder Balance-Änderungen geben. Das habe ich ja vor Season 1 schon gesagt, dass das in Campfire gesagt wurde. Es soll vor jeder Season Balance-Änderungen geben, wovor ich ein bisschen Angst habe, aber wird vielleicht auch spannend. Ich bin extrem gespannt, was das wieder für Balance-Änderungen sein werden und Überarbeitung verschiedener Systeme. Bin ich gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wie gesagt, das Ganze findet statt am 4. Oktober, 20 Uhr. Wenn ihr live dabei sein wollt, gerne bei mir im Twitch-Chat dabei sein. Ansonsten, wie gesagt, einen Tag später der Recap von mir. Ich bin gespannt, wie lange das geht, weil dazu steht jetzt hier nichts. Die meinten, insgesamt wären es 4 Stunden. Ich kann mir vorstellen, 2 Stunden vielleicht Entwickler-Talk und dann nochmal 2 Stunden Campfire. Lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Würde mich extrem interessieren, was ihr euch darunter vorstellen könnt, was ihr euch erhofft oder bevor ihr vielleicht ein bisschen Angst habt. Lasst gerne ein Follow da, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Bis zum nächsten Mal heute. Haut rein.